Hallo und guten Tag. Wir heißen euch und Sie herzlich willkommen zu unserem Tag der offenen Tür der ganz anderen Art. Wir, das sind Eva Demmer, Leiterin der Musikschule, und Silke Glaser, stellvertretende Leiterin der Musikschule. Und im Laufe dieses Films noch verschiedene Lehrkräfte der Musikschule, die euch und Ihnen ihre Instrumente vorstellen. Und ich, ich bin auch dabei. Hauke macht auch mit? Nein, eigentlich war das nicht so gedacht, dass der Musikschulhase Hauke heute auch mitmacht. Hauke? Ja? Das hier ist nicht der Film Hauke lernt Instrumente kennen. Heute suchen wir die Lehrkräfte der Musikschule dran und stellen ihre Instrumente vor. Und du hast heute noch Pause. Kann ich denn nicht mitmachen? Nein. Kann ich denn mit reinkommen? Ich bleibe auch im Hintergrund. Ja, okay. Aber nur, wenn du dich nicht einmischst. Und wenn du wirklich ganz im Hintergrund bleibst, das musst du versprechen. Das verspreche ich. Okay, dann los, oder? Stopp, wir können doch gar nicht hier in der Musikschule eingehen. Der Eingang in der Musikschule ist doch an der Seite des Gebäudes. Stimmt. Schnell geht es doch nur runter. Hätte ich fast vergessen. Daran müssen wir uns natürlich auch halten. Daran müssen sich im Moment alle halten. Der Eingang zur Musikschule ist nur über den Seiteneingang möglich. Also gehen wir zum Seiteneingang. Und für Sie ist es ganz einfach. Es öffnen sich die Türen beim Tag zur offenen Tür, indem Sie jeweils die Instrumentengruppen anklicken oder die einzelnen Instrumente. Und schon kann es losgehen. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020